ein richtiger fetter cut so der gnädige er ist auch endlich mal gekommen viel vorwärm verabredet um 53 sei gekommen wir waren um viertel vor verabredet um 53 hat er hat eine mail geschrieben habe ich nicht gelesen so wir sind startklar unser trail puls wird gleich erhöht wenn er mal endlich fertig ist der gnädige er kommt zu spät und braucht noch stunden lang alle zwei alter kann wieder er genau deswegen hat keiner früher als sie hat keiner gesehen jetzt soll er ausreden heute ist er krank letzte woche war er gesund so ist gleich vor allem 3, 2, 1! 3, 2! Schaltprobleme! Ich habe die große Friste gerade gemacht. Ich muss sie einlaufen. Shimano! Ja! Was ist wohl? Shimano! Geh mal! Das Problem ist, ich mache das immer auf meiner Bühne, wenn die Reifen entlastet sind. Das ist ja falsch, komplett falsch. Wenn da auf dem Boden steht, ist ja was anderes wieder. Ich muss einmal gleich ein ganz klein bisschen. Vielleicht. Ihr habt schon 4000 mm. Da kommt Genevo. Zeig mal, was du drauf hast. Dann blase ich die ganze Zeit. Ja. Geht nicht. Guck euch an, Genevo. Guckt es euch an. Was ist los, Genevo? Ja, Junge. Na ja. Ich bin dick erkältet. Weißt du selbst, das reicht. Lass mal laufen, Junge. Lass mal laufen, Junge. Egal wie. Oh nein! Oh Mann. Mein Fahrrad ist aus. Was? Dein ist aus? Ey, diese Connector-Kacke hier, ne? Das geht mir richtig auf den Sack. Guck mal her. Ja, das ist scheiße. Ich hab echt Probleme damit. Äh, rechts oder raus? Ach, rechts. Ne, fang gerade aus. Fang gerade aus. Und bitte laufen lassen, ja? Ja, ja, ja. Okay. Genevo. Pick dir den Lehnbäu an, Alter. Was ist los mit dir? Ich kann ihn schneller. Ich bin am Limit. Ich bin am Limit. Ich bin am Limit. Einen schönen Morgen und viel Spaß. Ja, danke schön. Tschüss. Ich bin am Limit. Warte sie bitte. Warte sie bitte. Jetzt will er es auch mal wissen. Vielleicht schafft sie hier ein Vorteil nach dem anderen. Warte sie bitte. Ja. Was machst du denn? Ja, ich muss doch erstmal die Frau vorbeilassen. Warte sie bitte. Linge, linge, linge. Junge, was ist mit dir? Linge, an der andere, Linge, oder? Ja. Kuck dir den Lehnbäu an. Friede. Ja, jetzt zieh mal drauf, ey. Hallo. mal langsam fahr du mal lieber mit der Rocky, alter hat keinen Sinn mit ihm im Lebo hättet ihr mal die falschen Räder gehabt, zu meinem Gunsten, alter immer die falschen Räder auch wieder einer Marcel's Lieblings-Trails mal sehen ob er jetzt abliefert sieht nicht danach aus was soll, du täuscht mich hier nicht hallo, mein Teil ist abgelaufen was machst du denn? overpaced das Lebo macht so viel Druck Lebo vs. Kinevo Lebo vs. Kinevo meine Zeit ist abgelaufen so wie jetzt das so gehört für uns einmal Limoncello, einmal Blutwurzeln Neumann wie Zitronenlimonade bestes Schnaps, Alter so Leute lebo 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 so jetzt muss langsamer genau dann geht das auch komm weiter hier hallo weiter hier geht weiter wir haben gesagt wir machen alles heute wir sind ja jetzt direkt drauf ja was für eine renne scheiß was für eine renne leck mich am arsch wo ist denn jetzt du Lappen mach keinen scheiß da wäre jetzt schon angst alter ja sauber Junge wedelschneidest das raus richtig so jetzt kriegst du auf die Presse wenn du hier ja machen wir es easy heute ehrlich kannst du mir vertrauen so einfach wie ich schon lange nehme ja der Boden ist ganz fest ja aber der Boden ist ganz fest genau wie links links äh dingeln der Boden ist fest der Boden ist wirklich fest ich sehe schatze ok so weit bin ich schon ganz ja bald irgendwann fahr vor nein warum nicht du ärgst mich so viel komm fahr jetzt hauptsache dicke Banken immer hinten weißt du ja Oh, ich habe schon Platten, Alter. Drecksschlauch, Alter. Scheiße, Platten, ich habe Serie, Alter, was ich die ganzen Jahre nicht hatte, habe ich jetzt, Scheiße, voll den Cut, ey, fuck. Oh, das gibt es doch nicht, Alter. Junge, Junge, Junge. Das bringt nichts. Ich habe Schlauch drin. Was? Das ist Schlauch, Alter. Hä? Ja, habe ich keinen. Hab ich... Ja, ich habe den da reingepackt. Scheiße, Scheiße, oh, Scheiße. Conti. Alter, das gibt es nicht mehr. Der ist richtig gekappt. Ja. Die Penner. Da war ein Stein, der ist mir auch irgendwo gegengeschleudert. Richtiger Cut. Hier. Richtiger Cut, Alter. Was ist denn los mit Black Diamond, Alter? Mann, ey. Ich habe eine Panne. Ich habe ein Luftproblem. Der richtiger, fetter Cut. Und dieser Mantel, der war schon kaputt. Und ich wollte ihn nicht wegschmeißen, weil das Profil noch so gut war. Jetzt ist er noch mehr kaputt. Jetzt ist sogar der Schlauch da drin kaputt. So. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Anspruch steigt! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020